Ja, liebe Videofreunde, Petri Heil heute mal ein ganz, wie sagt man denn, exquisites Ambiente hier bei mir. Und zwar habe ich hier vom Kai auch besser bekannt und im Namen der Nackenbeißer doch eine schöne DVD geschenkt bekommen. Und zwar Eidöner 1.0. Ja, ein Bildchenschoner für jedermann oder auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, wie sagt man dazu, ich bin sprachlos. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt. Ich meine, es gibt Kaminfeuer und Wasserfelder und Waldnatur, keine Ahnung. Aber ein sich drehen der Döner, also mein lieber Scholli. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen und ja, jetzt geht es natürlich ans eigentliche Video und viel Spaß. Ja, liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute gerne diese Basket Case, die Trilogie in diesem mega fetten Mediabook vorstellen und unboxen. Und ja, es gab ja schon ein Video von dem Movie Picker. Er hat ja euch die Büste präsentiert und hat euch angedroht, dass es bei mir ein etwas ausführlicheres Unboxing gibt. Und ich musste ja feststellen, dass Unboxings eigentlich doch nicht so ganz tot sind und meine Unboxings irgendwie ganz gut angenommen worden sind. Und deshalb dachte ich, ich möchte das euch nicht vorenthalten und möchte euch das gerne mal zeigen. Nach dem Unboxing gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ich hatte ja gesagt, dass ich das bei 400 Abonnenten mache und es hat wirklich leider aus zeitlichen Gründen absolut bei mir nicht hingehauen. Deshalb habe ich es verschoben auf 450 Abonnenten. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank an alle meine Abonnenten. Hammer, ich bin noch kein Jahr bei YouTube und habe es auf 450 Abonnenten geschafft. Und das ist einfach Hammer, das ist mega und ich möchte mich einfach bedanken. Und wie gesagt, nach dem Unboxing gibt es ein kleines Gewinnspiel für euch. Und ja, ich mache für euch ein kleines Mystery Paket zurecht. Und was ihr dafür tun müsst oder was ihr dafür nicht tun müsst, das erfahrt ihr dann später nach dem Unboxing. Und jetzt gehen wir erstmal für euch in die Ego Perspektive. Ja, liebe Videofreunde, da liegt das gute Stück. Basket Case, die komplette Trilogie. Es ist für mich eine absolute Ersichtung. Ich kenne von diesen Filmen wirklich wahrlich nur die Trailer. Und ich habe mir diese Trilogie, weil ja einige Fucking Freaks Kollegen so dermaßen am Schwärmen sind von diesen Filmen, beziehungsweise der Trilogie. Und die haben mich dann natürlich so neugierig gemacht, dass ich gesagt habe, komm, auf der Filmbörse ein neues für 55 Euro ziehe ich mir das rein. Ich weiß auf jeden Fall nur, also ich weiß wirklich nicht viel. Und der erste Teil ist aus dem Jahre 1982, da wo euer Angler das Licht der Welt erblickt hat. Und der zweite Teil kam, glaube ich, 1990 und der dritte Teil 1991, 1992. Ich bin mir jetzt da nicht mehr so sicher. Das ist natürlich typisch der Filmangler, null vorbereitet, keinerlei Ahnung, aber ich gebe trotzdem immer wieder mein Bestes. Wo drum es geht bei Basket Case, brauche ich wahrscheinlich niemandem zu sagen. Es sind, so wie ich gehört habe, es sind siamesische Zwillinge, die waren einander gewachsen und irgendein Chirurg hat die voneinander getrennt und hat den kleinen Krüppeljungen da irgendwie unsachgemäß entsorgt. Die Brüder haben sich wieder zusammengeschlossen und nehmen natürlich an dem Chirurgen Rache und was da noch alles sonst noch so passiert. Ich bin auf jeden Fall wirklich mega gespannt auf die Filme und wie schon gesagt, der Movie Picker, der hat die Büste präsentiert. Geht mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, die Büste gefällt mir wirklich gut. Und ja, jetzt packen wir das Ding mal auf. Habe wieder mein Mordinstrument dabei. So wie ich beim Olli gesehen habe, war es wirklich tatsächlich ein dickes, fettes Mediabook. Da war ich sehr überrascht, ich dachte es wäre so eine Art, ein Digipack oder wie die heißen, Digipack, Digipook, Book, ihr wisst was ich meine. So, machen wir mal auf. Ja, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Das Motiv ist glänzend. Die Schrift tatsächlich auch. Und ja, hier die technischen Details, falls das einer von euch, ja, falls es jemand interessiert, mich interessiert es meistens, ja, es ist zweitrangig. Ich bin eher, ihr wisstet ja selbst, ich bin, ja, mehr der Steelbook-Fan. Ich brauche die ganzen Credits nicht. Mir geht es in erster Linie wirklich tatsächlich einfach nur um den Film. Der erste Teil soll ja ein bisschen ernster gehalten sein, die, äh, Teil 2 und 3 sollen mehr so, ja, auf komödiantische Art und Weise sein. Ich, wie gesagt, ich bin richtig gespannt. Ähm, die Basket Case Trilogie, ein absolut, absurder Spaß mit Ekelfaktor und Gänsehautgarantie. Da bin ich auf jeden Fall echt gespannt. Jetzt holen wir das mal raus. Ja, hier guckt schon der kleine hässliche Bub aus dem, aus dem Basketkörbchen raus. Und, äh, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich wirklich ein Mediabook. Hammer. Oh, das sieht richtig schön aus. Äh, ja, jetzt weiß ich natürlich mit dem Bild nichts anzufangen. Gibt es da mehrere von den Typen? Und was ist da oben? Ach, du allmächtiger Gott. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Platinum Kult Edition. Ja. Das hat der Olli ja schon so ein bisschen erwähnt und gezeigt. Ja, das heißt, in kürzester Zeit wird es wahrscheinlich auch diese in der Platinum Kult Edition geben, um wahrscheinlich überall wieder käuflich zu erwerben. Ja, die Discs sehen alle gleich aus. Nicht viel Unterschied. Eine Bonus Disc, noch eine Bonus Disc, der unheimliche Zwilling, einmal auf Blu-ray, einmal auf DVD und das sind die jeweilige Bonus Disc. Der Innendruck, ja, schön ist was anderes. Das hier ist nur Pappe. Da ist wieder der Bub, der hässliche. Natürlich, zu den ganzen Bildern kann ich überhaupt nichts sagen, da ich den Film absolut nicht kenne. Jawohl, 1991 war der dritte Teil. Äh, ja. Natürlich sehr, 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 sehr skurrile Figuren. Das ist wahrscheinlich der Bruder von ihm, hä. Jetzt weiß ich natürlich nicht, aus welchem Teil das ist, wo die Augen hervorkommen. Nach, du allmächter Gott. Ich, auf jeden Fall, der Olli hat mir auf jeden Fall gesagt, äh, Patrick, du wirst auf jeden Fall richtig Spaß mit dem Film haben. Und, äh, ich meine, 55 Euro habe ich dafür bezahlt. Und, äh, 55 Euro für ein absoluter Blindkauf, das ist schon sehr, sehr gewagt. Das ist natürlich immer das Problem an vielen Mediabooks. Man köpft sich Mediabooks und dann sind das stellenweise Filme, von denen man nichts gehört hat. Und dann hat man die absolute, mega Kürze daheim liegen. Und das ist wahrscheinlich ein Poster. Ja, das mache ich einfach gleich. Tue ich halt einblenden irgendwo jetzt hier. Ähm, und das ist der zweite Teil. Basket Case 2, die Rückkehr in der DVD. Das ist Basket Case, die Blu-ray. Äh, dann Basket Case 3, die Brut. Die DVD. Und Basket Case 3, die Brut. In der Blu-ray. Hier hinten auch nochmal ein kleiner Innendruck. Und, wahrscheinlich, diese anderen Viecher sind wahrscheinlich aus dem dritten Teil. Weil, weil ich ja erstens hier das kleine Bildchen habe und da steht die Brut. Ja, Olli. Ich hoffe, du hast mir hier keine Kürze angedreht. Was heißt, er hat mir gar nichts angedreht. Er hat mir es ja nur empfohlen. Ich werde auf jeden Fall heute Abend schon den ersten Teil gucken. Und, äh, bin mega gespannt. Und, ich komme jetzt erstmal wieder vor die Kamera. Was mir natürlich jetzt aufgefallen ist, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen. Ähm, es limitiert auf 500 Exemplare. Und ich habe die Nummer 102. Und, äh, dieses Kaffee hätte mir wahrscheinlich sogar besser gefallen, wie das, was hier drauf war. Aber, Geschmäcker sind verschieden. So, nun zu dem Gewinnspiel. Äh, ich habe vor, äh, euch ein kleines Mystery-Paket fertig zu machen. Äh, sagen wir mal, 10 Filme gemischt mit DVDs und Blu-rays, Fleisch. Ach, komm, machen wir 12. Komm, machen wir, machen wir 15. Machen wir 15 Filme. Was ihr dafür tun müsst? Nichts. Ich sage einfach mal, ähm, ja, gerade jetzt hier bei dieser Basket Case Trilogie. Wie, ein Blindkauf für 55 Euro ist schon ein sehr gewagtes Spiel. Äh, sagt ihr, ist das notwendig unbedingt? Oder reicht es, dass man diesen Film vielleicht in einer Spar-Armari irgendwann kauft? Weil, äh, oder sagt ihr, nee, es muss mehr Exklusivität bei. Es muss immer ein Mediabook sein oder ein schönes Dealbook. Wie, äh, wie denkt ihr dazu? Macht doch einfach Hashtag eure Meinung zu der Verpackungspolitik und somit nehmt ihr automatisch an der Verlosung eines Mystery-Pakets von 15 Filmen teil. Und, äh, ihr könnt aber trotzdem wieder unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Video gefunden habt. Und bleibt mir weiterhin treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler. Horido. Und, ich lasse euch noch ein bisschen den Döner drehen. Und, ich lasse euch noch ein bisschen den Döner drehen. Und, ich lasse euch아서 ein bisschen den Döner drehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.